Es freut mich sehr, dass die Gemeinde Gorschurm auch am Lösungskongress etwas einbringen kann. Mein Name ist Martin Netzer, ich bin Bürgermeister in Gorschurm seit 2005 und wir haben versucht, verschiedene Dinge zusammen mit der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, der Nutzer, bei uns natürlich als Tourismusgemeinde auch der Gäste, einzubinden in unsere Planung und in unsere Umsetzungen. Der Lösungskongress soll jedem die Möglichkeit bieten, sowohl den Kommunalpolitikern, Bürgermeisterinnen, Bürgermeistern oder Mandataren, aber auch der Verwaltung bis hin zu jedem aus der Zivilgesellschaft, dass er seinen Input dort einbringen kann, aber auch in den Austausch kommen kann mit anderen Gemeinden, die schon Dinge gemacht haben, in die Richtung man sich vielleicht auch entwickeln möchte. Aber es geht auch darum, dass man nicht nur Vorträge genießt, sondern wirklich in den Austausch kommt und das soll hier am Lösungskongress stattfinden und wir freuen uns auf dein Kommen.